Oh, ich weiß ja wie schnell die Zone ist. Ich kann nicht mit Luft wegbumsen. Ich muss da ins Tal runter. Wo gehst du hin? Komm zu dir. Lauf, lauf, lauf. Zieh mir das grad. Ui, das wird knapp. Ich schau, dass ich wieder ins Wasser runter geh. Digga, ich hätte das Auto nehmen sollen. Da drüben war ein Gegner. Komm hier zu mir. Boah Digga, schüsch. Jetzt sind es 5er Ticks auf einmal geworden. Ich komm nicht hoch. Ich hoffe, die kommen jetzt genau nicht rüber. Oh ja. Nein. Oder ich geh ja mal ins Wasser runter, glaub ich. Oder du brauchst das eh nicht, oder? Nee. Okay. Ah, die sind jetzt sogar in der nächsten Zone, ne? Ja, ja. Geh ich jetzt mal ins Wasser runter? Ach ne, die hielt mich ja eh voll, die Banane. Ja, ja. Es ist noch 5 Leute. Es ist noch 5 Leute. Äh, ein einzelner und ein 2er Team. Wir sollten jetzt mal schauen, dass wir uns da irgendwie einmischen. Komm. 5, ja. Ja, ja. Wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch, komm. Oben am Berg. Alter, ich hab ihn schon ultra gut bedrückt. Da ist einer mit Luftbending. Alter, wir haben hier keine Deckung, Digga. Das ist ultra scheiße. Der ist weak. Trocken. Die haben beide kassiert. Aber ich, chill, 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 chill. Ich kann nicht so schnell mitkommen. Drück einfach ein bisschen, mach ein bisschen Stress. Schieß einfach ein bisschen. Keine Ahnung. Ist das nicht Luftbending? Wo sind die hin? Hinterm Stein. Äh, ein schönes Wasser. Äh. Ist das der Einzelne? Ja. Ach so, ja dann lass aufs Team gehen, die hier sich trifft. Ein Einzelner ist es noch. Doppel. Ne, das war der. Ne, das war der. Na, wo ist denn der? Ist das nur noch einer? Mati, wo bist denn du? Ach hier. Hier, hier, hier. Luft, bist du? Ich hab gerade Luft gehört. Ne, da unten. Habe ich nicht gesehen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wuh! Nachdem wir kurz auf die Fresse gehauen, haben wir aber nicht gedacht, dass wir es noch schaffen. Digger, 12 kills, fast nicht laTO Runde. Vielen Dank.